Hallo zusammen, heute erkläre ich euch die Diagramme. Das Säulendiagramm, das Balkendiagramm, das Kreisdiagramm und das Streifendiagramm. Dazu merken wir uns schon mal. Man unterscheidet bei Diagrammen, ob man absolute Häufigkeiten oder relative Häufigkeiten darstellen möchte. Wir beginnen mit den absoluten Häufigkeiten. Absolute Häufigkeiten können mit einem Säulendiagramm oder Stabdiagramm dargestellt werden. Das kann wie folgt ausschauen. Dazu merken wir uns. Die Säulenhöhe zeigt die jeweilige absolute Häufigkeit an, also kein Prozent. Hier zum Beispiel sind es 70 Jugendliche und nicht 70 Prozent. Die vertikale Achse, also die nach oben, ist etwas länger als die größte vorkommende absolute Häufigkeit. Hier steht die Anzahl oder Häufigkeit. Die größte Anzahl ist 70, also mache ich diese Achse ein Stückchen größer. Auf dieser Achse hier steht die Anzahl oder Häufigkeit. Auf der anderen Achse hier stehen die Merkmalsausprägungen. Achtet darauf, dass die Säulen gleich breit sind und den gleichen Abstand voneinander haben. Also alle Säulen gleich breit machen, zum Beispiel ein Kästchen. Und alle Säulen sollen den gleichen Abstand zueinander haben, zum Beispiel zwei Kästchen. Werden die Säulen als Striche oder Stäbe gezeichnet, spricht man von einem Stabdiagramm. Ich kann hier also auch nur einen Strich zeichnen, dann habe ich ein Stabdiagramm. Ein weiteres Diagramm bei der absoluten Häufigkeit ist das sogenannte Balkendiagramm. Das kann wie folgt ausschauen. Dabei beachten wir folgendes. Es wird genutzt wie das Säulendiagramm, allerdings verlaufen die Balken jetzt horizontal, also seitlich, und nicht mehr vertikal nach oben wie die Säulen. Die Säulen gehen immer nach oben. Die Anzahl oder Häufigkeit steht jetzt auf der horizontalen Achse. Also hier steht die Anzahl. Und auf dieser Achse nach oben stehen die Merkmalsausbeigungen, also genau umgekehrt. Tipp, überlege dir vor dem Zeichnen der Diagramme eine geeignete Einteilung. Bei großen Zahlen kannst du zum Beispiel für 5 oder 10 je 1 cm zeichnen. Hier ist 1 cm gezeichnet worden für 10 Einheiten zum Beispiel. Bei relativen Häufigkeiten können wir ein Kreisdiagramm benutzen. Das kann wie folgt ausschauen. Wir erkennen, die Werte sind in Prozent angegeben. Wir merken uns, 100% entspricht 360 Grad, also dem ganzen Kreis. 1% entspricht 3,6 Grad. Und möchte ich eine gewisse Anzahl an Prozent, muss ich diese Zahl mal 3,6 Grad rechnen. Zum Beispiel 35% rechne ich 35 mal 3,6 Grad sind 126 Grad. Das bedeutet, diese 35% werden mit einem Winkel von 126 Grad gezeichnet. Dazu kann man eine sogenannte Winkelschablone benutzen. Hier sind die Gradzahlen angegeben und auch schon wichtige Prozentzahlen. Wie man das Ganze aber mit dem Geodreieck zeichnet, zeige ich euch jetzt. Wir wollen jetzt 35% im Kreisdiagramm einzeichnen. Wir brauchen einen Kreis mit Mittelpunkt. Wir müssen jetzt berechnen, 35% wie viel das ist. 35% entspricht 35 mal 3,6 Grad, das sind 126 Grad. Wir müssen also 126 Grad einzeichnen. Dazu zeichnen wir einen Strich nach oben, legen unser Geodreieck mit dem Nullpunkt am Mittelpunkt an und diese Seite hier auf die Linie. Und jetzt gehen wir von dieser Seite aus die Skala, die bei 10 beginnt, 20, 30 und so weiter, bis zu 126. Wir markieren außen diesen Punkt. Jetzt müssen wir den Mittelpunkt mit diesem Punkt verbinden und haben jetzt hier 126 Grad bzw. 35%. Ein weiteres Diagramm bei relativen Häufigkeiten ist das sogenannte Streifendiagramm. Das kann wie folgt ausschauen. Dazu merken wir uns. Am besten wählt man 100% entsprechend 100 mm, also 10 cm, 1% ist 1 mm lang und x% eben x mm lang. Das heißt, 35% hier sind 35 mm lang oder 3,5 cm, 20% sind dann 20 mm lang oder 2 cm. So kann man das Ganze einfach zeichnen. Obacht! Man kann ein Streifendiagramm auch bei absoluten Häufigkeiten benutzen. Folgendes Beispiel. Bei der Kapitänswahl der Fußballmannschaft wurden die Stimmen wie folgt ausgezählt. Guido 4 Stimmen, Daniel 1 Stimme, Tobias 5 Stimmen, Lukas 3 Stimmen und Manuel 6 Stimmen. Man kann jetzt für jede Stimme ein Kästchen zeichnen. Guido hat 4 Stimmen, also 4 Kästchen. Beim Daniel 1 Kästchen, beim Tobias 5 Kästchen, beim Lukas 3 Kästchen und beim Manuel 6 Kästchen zeichnen. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald! Bis bald!